Die Geschichte eines unvoreingenommenen Herzens, das unser Tal für immer veränderte. Vor noch nicht allzu langer Zeit wurde Schweinen kein Respekt gezollt. Außer von anderen Schweinen. Sie verbrachten ihr ganzes Leben in einer grausamen Welt ohne Sonnenlicht. In jenen Tagen glaubten Schweine, je schneller sie groß und fett würden, desto eher kämen sie ins Schweineparadies. Dort war es so schön, dass kein Schwein je wieder zurückkommen wollte. Auf Wiedersehen, Mama. Wenn für die Eltern der Tag gekommen war, in diese Welt der endlosen Freuden zu gehen, dann mussten die kleinen Schweine nicht traurig sein, denn auch sie würden eines Tages diese Reise antreten. Vielleicht lag es daran, dass er ganz allein war. Vielleicht war er leichter zu fangen, weil er so traurig war. Aus welchem Grund auch immer, an diesem Tag wurde von den mehr als tausend Tieren nur eines ausgewählt. Wie findest du das hier, Harry?